Wasserwerfereinsatz gegen Klimakaoten. Tausende Aktivisten von Extinction Rebellion blockieren am Samstag im niederländischen Den Haag die Autobahn A12 unweit des Parlaments- und Regierungssitzes. Mit der Blockade protestiert die Gruppe Extinction Rebellion eigenen Angaben zufolge gegen die Energiepolitik der Regierung. Die Polizei fackelt nicht lang und setzt nach einer Warnung Wasserwerfer ein. Bereits zuvor hatte die Stadtverwaltung Den Haags darauf hingewiesen, dass eine Blockierung der A12 verboten sei. Schon siebenmal hatten die Aktivisten die Streckenabschnitte der Schnellstraße blockiert. Mehr als 1500 Aktivisten werden vor Ort festgenommen. Inzwischen befinden sich alle bis auf einen wieder auf freiem Fuß. Der letzte bleibt in Gewahrsam. Polizeiberichtens zufolge wird ihm vorgeworfen, einen Beamten gebissen zu haben. Darüber hinaus wird laut Staatsanwaltschaft gegen knapp 50 weitere Protestteilnehmer ermittelt. Unter anderem wegen Beleidigung, Sachbeschädigung und Behinderung des Verkehrs.